Ja, und auch ganz bekannte Namen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus dem internationalen Sport der Jetzt-Zeit, aber auch der vergangenen Jahre, trifft man hier in Lambrechtshausen. Wir alle erinnern uns gerne zurück an die Zeiten, als es noch geheißen hat bei der Formel 1, Ricardo Padrese ist unterwegs. Mittlerweile ist der Name Padrese im Sport nicht mehr wegzudenken, auch im Springsport, denn sein Sohn Lorenzo ist schon in die Fußstapfen seines großen Vaters und berühmten Vaters getreten. Und Lorenzo Padrese, wie du in Österreich fühlst? Ein bisschen anders aus Italien, mit der Organisation und auch im Campen. Und du hast viele Pony hier und auch in Cavalli, wie ist es, in den letzten Tagen? Bene, sind alle gut, aber mit der Italien ist es sehr schwer zu erreichen. Ja, aber du hast nicht so Glück gehabt, immer eine Barriere, so wie sie sich arrabbiate? Ja, arrabbiate, weil hier die Pony hier sind ziemlich schwierig, aber ich glaube, ich versuche immer zu machen. Auch deine Söhne, Beatrice, ist in der Tour internationalen, aber hat viele viele successen, auch in der Hölle hochgez. Du willst du erreichen wie sie? Ja, oder vielleicht auch in der Hölle hochgez. Ja, aber du hast auch in der Hölle hochgez. aber er ist nicht so hoch, ist es besser wie er? Nein, besser, bitte! Ok, in welchen Jahren hast du? Ich habe dieses Jahr 12. Ok, 12 Jahre dieses Jahr. Jetzt haben wir viel Zeit noch in Österreich. Vielleicht in Salzburg? Ja. Und später? Ja, gut. Ja, gut. Und jetzt haben wir viel Zeit, und dann wird es wieder gefeiert. Ich watch das Ganze. Ich habe recht, bitte. Vielen Dank.